Ah, Besuch? Willkommen auf Burgfels in meinem bescheidenen Thronsaal. Ich bin König Theoderech. Kommt nur. So manches Fest haben wir hier gefeiert. Wilde Tänze, fröhliches Gelächter. Dort, mein Thron aus gutem, starkem Holz gemacht. Und gleich daneben lag sie, die goldene Kugel. Ja, die Kugel, die einst ein Frosch aus einem Brunnen geholt hat. Es gibt so manche Erzählung darüber. Aber wollt ihr wissen, was wirklich geschehen ist?